Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Together mit Zero-SLP. Sag mal was. Und da ist auch schon der dritte. Wir spielen heute mit noch ein Kollegen von mir, der ist Splatter. Sag mal was. Hi. Okay. Dann wollen wir mal anfangen. Der Zero hat hier schon was gebaut, was auch sein soll. Nein, stopp! Ein komisch aussehendes Haus. Ja, ich kann die Sachen kaufen, ne? Was Sachen kaufen von 999 Millionen, was weiß ich noch was. Ein Bedwalk. Toll. Ja, nein, 64, aber weil man es sich kaufen kann, kann man gut hier Sachen safen, also. Und du hast es gemacht. Du hast es sowieso kein Bedwalk. Ich weiß, deswegen kann man die auch nicht kaufen, deswegen. Soll ich schon mal mal ein bisschen Holz, ne? Ne, ich hab noch genug. Ey, rennt gerade genau in die falsche Richtung. Warum? Wir müssen hier lang damit der Abstand sind. Ich dachte, der in den Sonnenuntergang. Ja, wir müssen hier weiter ran. Ey, Max, was mit deinem Haus? Äh, ich hab da hoch gesettet. Oh. Ich hab nicht gehabt. Ja. Au. Er hat gesagt, ist das kein richtiges Haus, einfach nur ein Lager. Wir sind einfach nur so Tatszene hier. Tatszene. Wir sind Buschmänner, ne? Ich bin ein Tar. Ich bin ein Tarbarsch. Richtig. Splitter, du bist Jane. Wie geil. Das war's. Ich bin ein Tarbarsch. Ich bin ein Tarbarsch. Was noch, die? Äh, weiß noch, Linus. Was? Ich bin ein Tarbarsch. Ich bin ein Tarbarsch. Ey, es gibt jetzt bei Instant Buttons eine Aktualisierung. Was ist denn daran so? Wollen wir jetzt nicht im LP wissen? Das geht nicht. Klar. also die alle die Incent Buttons spielen die wollen das ganz sicher wissen was zu spielen dann drücken ja genau was ich kann sagen also alle die Incent Buttons haben auf ihrem Handy oder iPad oder irgend sowas ihr spiele Klöschner aktualisieren ihr geht dann auf den iTunes Store und aktualisieren drückt da drauf und dann habt ihr es geschafft wenn ihr überhaupt den Store habt wenn ihr überhaupt Internet habt wenn ihr überhaupt wenn ihr überfordert seid das ist bei uns wenn ihr überfordert seid folgen wir auf Facebook hast du eigentlich auch ein Kanalsblätter ja aber nein oh oh ja wo seid ihr? ich bin gerade der Tatzahn ah da unten bist du oh ich baume so hier irgendwo mein Haus ne weil ich brauch genügend Holz ich glaube hier hier ist Zuckerro ich baue hier ein Haus ne hier haben wir hier haben wir hier habe ich Sand, Wasser und Bäume und Stahl Adria dann bauen wir nicht das Haus Adria ich hab nicht Adria Ostblätter Mann ich bin ich bin ja nur Batman ja Batman ähm ok äh ja willst du lieber das Haus weiter weg hast und dass du es nicht äh dass es nicht gegrieft wird oder dass du ein ganz nah hast wo du mehr Rohstoffe fahren kannst aber du weißt du wie weit wir vom Spawn wechseln äh ich glaube schon bis 8 minus 800 Meter ja bin ich gerade und hier sind überall Bäume Sand und alles und wie weit seid ihr weg? bei mir war grad voll komische Musik ich hab gar keine Schüpfung weiß ich nicht ich bin minus 618 ja ich bin minus 900 Nomad also X ne ich bin ähm äh äh Kaktus ich bin Bausch ich umgeheblich um was wollt jetzt machen nicht mehr Schäufe ach ja ach ja als Blätter ja in Klammern Batman Prozent wir haben am Sporn da kann man sich er wenn man jetzt 10.000 Euro oder was weiß ich das für ein Wert ist Prozent hat dann kann man sich die gewünschte Zauberung auf einem Schwert machen also zum Beispiel schärfe fünf für 10000 Jahr ich muss mir mein Job annehmen oder ja nur du kannst drei Jobs gleichzeitig annehmen ich mach aber nur ein was ich mach glaub ich ... ... ich bin die Anliegen hier glaube ich er ist alt muss damit zwei Linus wir sind wieder beschrieben die 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 er die 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 ganze Zeit Sandort sie gibt es nicht vertreten wurden wieder beschrieben die Städte die Karte das ist ja ich schocken und da ist das Ende des Reifers Schubert GmbH du musst Jogs Jäule eingeben und dann Euro Prozent wo er auch ein das kann auch werden das gibt es immer noch nicht D-I-G-G-E-R D-I-G-G-E-R Scheiß, wo das gibt es nicht Hallo Jobs, ne, mit S nach Jobs, ne, nicht Job Boah, hast du Jobs mal geschrieben? Ja, ja, ja Ey, mit was kann man Sandstein auch so? Okay, hab ich schon erledigt Ja, ich bin jetzt Digger Ich bin doch im Echtenleben Digger Und ich bin Level 4 Digger Und ich bin Level Moment Lol Jeeps, hab ich geschrieben Ich bin so gut Mein Ereignis ist 11 So Barsch 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 Kurs Barsch 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 steigen werke steht ja nicht aus stein oder so nein das ist schon ich muss erst mal umsetten aber ich habe auch immer damit bekommen wo bist du na ich bei 1000 minus 1609 am liebsten immer so weit weil das sicherer ist weil leute die x-ray und so benutzen die er die hauen dann halt ein lager leer und dann ist man halt im arsch holmes die wird ja einfach reingeschissen und deswegen laufe ich immer so weit aber dann wir haben da drin die erfahrung bjl das Blätter später 1 2 viel gehört nicht heute im echten Leben in der Welt Günther Peter wo bist du bist du das dahinter an so einem Sandberg ja ich komme zu dir auch um jetzt sollte nicht nur so allein ein ihr werdet so glücklich sein ja da bist du die 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 springt ihr so um abendet werden und und vielleicht geht um ein Haus ich baue unterhältisches Haus ich bin gleich liefern weg weg die ich mache mich nicht so bei mir sind zu zwei übertreten die für Höhlen Prozent das nervt schon so ein bisschen muss ich hier zugraben im Norden er kann es nicht sein Watt denn Schusswerber ich bin wieder am Spawn ich hab ich nicht mehr so ein Set gemacht aber wenn du auch als Blätter das ist ich halte wenn ich auch die auch als ich muss mit anderen so an wie er sagt jetzt zu dir ist später später kommt später kraft wurde schocken Günter einer Art von ihr genau das ist und auch was ich habe eine Kiste gefunden, lol, hier ist einfach im Wald irgendwo so ein Ding ins Werkbank, ne? Ja, da war da einer. Ich nehme die einfach mal mit. Kann eine Schraube. Ich habe die Anfrage zur TPR geschenkt, weil ich ja wieder am Sporn bin. Mach doch Set home bei deinem Haus. Ja, habe ich. Ich habe Slash Home Set. Du musst Slash Home eingeben, no Mongo. Habe ich auch, auch Sporn. Ja, ist klar. Aber zusammen schreiben, ne? Ja, ist so. Jetzt kommt sie doch. Nein, boah, Alter, ich bin so durchgefallen. Ey, ich habe eine Schlucht, ne? Alter. Wollt ihr kommen? Es ist sehr schließlich. Ich bin jetzt schon wieder genervt. Ah, toll. Ich bin jetzt schon wieder. Faye. Warum sendest du mir jetzt Anfrage? Ich habe auch die Holz nicht kommt. Doch, jetzt schon. Jetzt lauf nicht. Jetzt bin ich hier ganz alleine. Ah, das Eisen. Ich habe hier so Kohle, so steinfarm. Eine Schlucht mit Stein. Guck mal deine Koordinaten an. Meine? Nein, der Adrian. Äh, Splatter! Mo. Heißt du? Ja. Oha. 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 Ja, ich bin schon bald gelaufen, oder? Nein. Hallo. Ciao. Ah, hier, so. Du meinst mehr. Komm schon wieder, weil ich fett ist. Meinst du dich? Ja, ach meinst du dich? Hm, ich bin. Ich habe, ich vergesse immer nachts sich anzumachen. Viel heller. Ja, halt, das Gras ist ein bisschen schwarz. 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 Schwarz wie die Nacht. Schwarz. Schwarz wie Kugel. Also nichts, dass du das geklarst haben. mehr so nicht dass sie denken sie sind rassistisch nennen also mein bester Kollege sich anschauen ist ich bin schwarz selbst in der feldspart in die jahre in die jahre drinnen das war die Szenen es kommt wieder die beruhigende minecraft Musik die mal wieder Prozent bestimmt nicht kommen würde ich will mein Gott schön ohne Ton und ich weiß auch damit hat nicht stört wir haben ja aber als Pläser ohne ohne mein Kopf Musik ist schon scheißen ich meine aber hier schon du musst ja auch die Karte der Lager im Hintergrund und sie ich habe es nicht mehr und wenn ich das Lied das Volk ich hasse das wohl ich mag aber die Verarsche Max auch kein Haftbefehl ich mag nur Schabos wissen wer dafür ist das ist mal geil Schabos wissen wer der Watt ist der Führer das ist eine Kacke die Schöne Verarsche die Solusche wissen wer der Führer ist die Städte die Städte der Karte hat dann Platz an die Hans Schabos wissen wer noch für Reis das ist ein bisschen ich brauche mein Haus glaube ich in den Stein drin im Stein ich glaube ich brauche ein Schein in einem Kieselstein Ich laufe die ganze Zeit hier sinnlos im Kreis. Ey, Splatter. Ich sag ein... Ey, warum serverclosed? Alter. Ey, Splatter. Mach Schnitt, mach Schnitt. Schnitt, Schnitt. Geht nicht mit Flaps, glaube ich. Doch. Nein. Scheiße. Egal. Splatter. Splatter, Splatter. Ja. Ich sag ein... Ich glaube, ich fiss daneben. Ich will nicht mehr leben. Ich will nicht mehr leben. Kommt ihr schon drauf? Ne, du? Hey, es ist Hunger Games auch geschlossen, ne? Ja, hab ich das auch gesehen. Hunger Games ist bei mir noch auf. Ne, du hast auch nicht aktualisiert wahrscheinlich. Mann, was ist halt, ey? Wann kommt dann... Alles an, alles an. Ist alles an, ist an, ist an, ist an, ist an. Ja? Ja. Ja. Ich komme nicht drauf. Ja, ha, ha. Lol. Kommt ihr drauf? Und Splatter? Ja. Die Creeper explodieren hier nicht. Die blähen sich nur auf. Oh, ich bin schon. Ich bin schon falsch. Bei mir stehen die... Lol, bei mir nicht. Oh, Scheiße. Splatter bei ein paar Folgen siehst du es auch, dass die Creeper nicht explodieren können. Also, bei mir, ich komme nicht drauf. Sei sie drauf? Ja. Ich gehe nochmal zurück ins Hauptmenü und dann gehe nochmal auf den Server. Ah, jetzt geht's. Sorry, dass er jetzt das Problem so aufgetaucht ist. Hätten wir... Äh, ich bin abgetaucht. Uh. Also, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie man Phelps pausiert. Ich weiß eigentlich nicht. Ich verrichte, ich sterbe jetzt. Ich sterbe, verdammt der Scheiße. Ja, wieso? Nein. Nein, ich hab noch ein Leben und zwei Augenhörer. Das kann ich nicht sprinten und mich verbrüllen. Ich bin nicht durch. Ich kann die Essen nehmen. Der muss alles stehen bleiben. Schau mal, nein. Mach einfach Slashback. Mach Slashback. Ich geh mit Enten. Nein. Boah, du schreibst da ganz laut. Slash. Wollt ihr nicht eine neue Tastatur kaufen? Ich weiß, aber ich hab's vergessen. Boah, ey, aber dann wolltest du schon keine Aufnahme mit uns machen, nur weil du... Dings oder war es einfach nur eine Ausrede, äh, Ausrede, man. Nein, ich wollte, ähm, wo gibt's eine Tastatur von Million, die ist geil, die ist geil, die ist geil, die ist geil, wo meine Hose. Hast du da eigentlich auch? Nein, ich muss mir noch die Dings holen, die du hast, ähm, C-Rose oder wie halt. C-Rose. 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 Noo, hier ist alles abgeschnitten. Bei mir ist ein Zombie ohne Kopf. Äh, Linox, TP, ich mal bitte. Warum? Ja, warum? Ich will nicht kommen. Das ist richtig krass. Ja, und? Okay, dann nicht. Splatter? Ja. T-P ist so nicht? Nein. Warum nicht? Ich war, ich bin vom Sauer. Oh, jetzt. Ey, die Welt wurde hier gecuttet, ne? Ey, die Welt wurde hier gecuttet, ne? Noo. Einfach durchgeschnitten. Wie? Ja, nochmal. Toll. Ist halt bei manchen Servern. Nein. Eigentlich nicht. Toll, heul doch. Weil ich hab so'n scheiß Ohrwohn, ne? Ach, Steve, hier ist dein bester Freund. Miau, ich heiße Linux. Linux ist dein bester Freund, der grad in Bambo steht. Noll, er ist genauso groß. Herr, dass ein Creeper mal gucken, ob der explodiert. Bin nicht so auf einmal tot, ne? Enderman, Enderman. Noll, der brennt und dient sich die ganze Zeit hin und her. Ist ja fu. Der sieht so scheiß aus, ein Creeper, der nicht explodiert, ne? Oh, 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 oh deinem Mund wir sind ja mal gar nicht erinnern ja mal den Mund vor der ich krieg ich krieg den Krieg an die Schlucht ich bin aber ein wenig zu feuchten Mund Niederlande und Günther und gekriegt Kettengründer auch das Server wegen zu scheiß speichern und auch nicht da war 2 mal ich wollte gerade ich schaue haben kein Stahl im Haus und er hat er hat er macht sich äh ich habe ich bin bei 3070 er Minus 3070 fest weil hier ist kein Prozent Landmehr in Sicht das ist toll ich komme in der Leiter der Opfer gerne an ich habe mit da wie die jahre und abläuft man sich auch ohne das war ein oder wo sie noch überlegen und ich bin vor Ort oder ist sie die 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 er ich hab gerade gelesen Kuh wie nicht wie Kuh wie hat es aber betreten für eure Info Kuh wie es schwarz ein erhältlich von einem Kuh wie alt zu mir wie lehrt Rui und wie leid die Lied die die der Gäste es ist hier jetzt hätten alle so einen komischen Typen Prozent der Schaffer der Gäste die Fäste nicht wo auch nicht den Medien und den Meistern wo die Gäste also die die A oder Anja die wollen nicht überreden Lalalala der Schilder oder Miao an Ginter das ist immer ein der Mann an der Seite Jolbe was die Lerungen die Düsseldienste sprechen ach ja was von Facebook geklaut Opfer von Nullchen es gibt eine Fanpage bei Facebook die OnlyLift des Eltern Sprechtag Faye wie lange nehmen wir schon auf 21 Minuten nicht soll man jetzt eine neue noch eine Folge machen oder okay das was er hat er in der Folge ja da war ich noch nicht ich bin da hat er ist das Wort und das ist das Wort Barsch nicht 1 und Miauf und vertreten jemand ich und fußkoll Kronen kommen wir jetzt hallo warte ich will sehen der kaputt geht der zombie oder den goldenen leibniz dann geht der nicht kaputt jetzt ist der kaputt okay das war es mit der vierten folge glaube ich ja ist die vierte glaube ich ja okay sagt tschau tschau bis nächsten hat und tschau